Na, ist das Alice Madness Returns die Zeit? Es könnte sein, es könnte aber auch Malice Madness Returns sein. Denn Nico hatte gerade wieder einen kleinen Versprecher und ich habe zu ihm gesagt, wenn du jetzt lachst, lassen wir es drinnen, denn ich habe keine Lust, den Wecker nochmal neu anzumachen. Denn dadurch, dass wir ein paar Versuche schon hatten, durfte ich den das ein oder andere Mal schon wieder anmachen. Ah, das bringt das, okay. Ja, okay. Hast du fertig gelacht? Ja. Na, warum? Jetzt darf ich lachen. Warum? Weil Malice. Ja, dann mit Anlauf. Ja. Nein, falsche Richtung. Halt dich fest, danke. So, das hier ist dann wahrscheinlich Secret. Das sieht man ja gar nicht. Oder ist das der offizielle Weg? Ja, aber anders darüber kommen wir nicht. Moment, was ist da? Können wir da mal unauffällig hingucken, Lara? Ja, nicht so. Ah doch, da kommen wir rüber. Ah, warum? Warum das denn schon wieder? Weil, weil du an der Decke hangst und nicht an den festhängenden Dinger. Ja, aber da hat sie sich doch normalerweise auch nicht angepinkelt, wenn... Ja, jetzt macht sie es aber. Tja. Ne, wir machen erst da hinten. So, Lara, jetzt mach nicht wieder hier deine eigenen... Weil da sieht es nicht so aus, als würde es da großartig weitergehen. Beim anderen aber auch nicht. Doch, beim anderen können wir runter noch. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, von wegen, hier geht es nicht großartig weiter. Oh, ich darf stehen. Achso, wir haben die Waffe, die hilft uns an Land auch wirklich viel. An Land? Ja, was ist denn das für ein Ding? Kommt jetzt Feuer raus? Da lag rechts Munition. Oh, scheiße. Oh, nee. Wo sind wir denn nun schon wieder? Ich weiß, was das ist. Das ist das, wo wir reingeschwommen sind. Jetzt ist das Wasser irgendwie weg. Sicher? Ja, das ist das. Schau dir das doch mal an. Ja, von hier müssen wir dann jetzt wahrscheinlich... Da liegt was. Ach. Was ist das? Kalkummi-Papier. Ach, nee, das weiß ich. Und Zigaretten. Die nicht verpuffen. Ja, das ist schön. Irgendwie bei jedem... Ach, hier geht es auch noch runter. Ach, nö. Ja, wir gehen jetzt aber... Das ist jetzt aber ein Secret. Das ist ein Secret. Das ist... Das muss ein Secret. Oh. Ja, da kommt... Aha, weißt du... Nee, 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 nee. Das ist das, wo wir nicht hochgekommen sind. Ja, ja, das ist fies. Außer du willst das mit dem Feuer natürlich wieder machen, wenn es anders ist. Nö, nö. Muss nicht sein. So, Lara, jetzt... Das kann doch auch kein Secret sein. Das ist doch so offensichtlich. Tja, vielleicht... Na, vielleicht das Einfache ist ja wieder ein Secret. Nicht runterfallen. Nee. I try my best. Am Ende hält sie sich nicht fest. Ich dachte schon. Das hat sich auch noch so schön gereint. Oh, wir sind mal nicht mehr unter Wasser. Da ist A, bestimmt für den Heizraum. Jo. Wofür man hier noch einen Heizraum braucht, äh, frage ich mich aber wirklich. Keine Ahnung. Aha, danke. Perfekt. Was passiert jetzt? Da ist die Tür aufgegangen. Das ist ein... Was? Ist das denn? Ach, die Dings unter Wasser ist jetzt aufgegangen. Sag ich ja. Wir müssen zurück. Wir müssen da runter springen. Weil das Zeug jetzt unter Wasser nicht mehr unter Wasser ist. Ja. Gutes Deutsch. Oh, nee. Jetzt können wir ja gar nicht mehr zurück. Doch, doch. Aber... Ja, schwimmen wir jetzt hier runter zurück und erstmal dein, was wir jetzt aufgemacht haben, oder gehen wir oben weiter? Runter. Okay. Okay. Und ich habe mich doch geirrt, dass da unten was jetzt kommt, ist das, wo wir hergekommen sind, glaube ich, ne? Ja. Ja. Scheiße. Weil sonst hätte ich gesagt, komm spring bei dem anderen runter, da wirst du bestimmt irgendwo im Wasser landen. Ups, dann bist du tot. Ja, kacke. Okay. Es ist dann jetzt aber bestimmt ein Secret, hoffe ich. Mal. Irgendwie. Das ist aber sehr lieb. Es hat schöne Augen. Bis wieder auf der Hänge fährt. Äh, erstmal Luft, 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 Luft. Falsch. Ja, dann sag mir doch, wo. Jetzt, nach links. Danke. Ich dachte, du weißt das. Nein! Was? Hä? Was zum... Da war aber der Taucher. Ja, ja. Ja, ja. Der Ding ist überfüllt. Ja, fuck. Scheibe. Dann müssen wir... Wir sind eh tot. Oh Gott. Nee, sind wir nicht, oder? Scheiße. Oh nein. So verballert man seine Medibacks. Oh Gott. Mach das doch nicht so knapp. Scheiße. Aber das war da, ne? Mhm. Das ist irgendwie komisch. Oh Gott. Das will... Vielleicht ist das Kroko uns gefolgt. Jep. Oh, das ist ja toll. Geh zu deinem Kumpel. Oder auch nicht. Kommst du bitte her? Das war der ganze Plan. Er hat das Kroko gesehen. Er hat auch gedacht, hm, mein armer Bruder, ich werde dich rächen. Wie die beiden sich gerade angesehen haben. Wie die beiden sich gerade angesehen haben. Das Kroko da rechts. Mhm. Na ne, komm, dafür noch eins nehmen ist Quatsch. Äh, welche Farbe war der Gang, wo das jetzt aufgegangen ist? Lila, ne? Rot ohne Blinken. Ist bei mir rot ohne Blinken. Ich weiß, wo's ist. Das ist der lila Gang bei dir. Ja. Bei dir ist das der rote Gang. Und der andere ist der rote Gang. Jetzt kommst du natürlich wieder... Was bist du für ein... Ja. Ham nom nom. Lecker. Äh. Genau. Geh da raus. Lara. Frisst das Fahrzeug auch. Ich glaube, das wäre dir lieber. Ach, dafür haben wir... Ach, okay. Ja, genau. Nee, damit treffen wir so schlecht. Meine Lieblingswaffen. Nimmst du bitte beide? Lara. Nimmst du... Naja, dann nimm halt nicht beide. Jetzt doch. Tod? Ja. Ach, guck mal, wie schön. Oh, ja. Hat sich zu seinem Brüderchen gesellt. Süß. Diese blöde Schwimmerei. Also verwirrend ist es ja nicht. Die Mimi sagte ja, es wäre sehr verwirrend alles. Ähm. Nee, bis jetzt nicht. Oder findest du es verwirrend? Wenn man sich da... Also wenn man die Farben nicht hätte, dann ja. Dann ja. So, lila gang, lila gang, lila, 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 über uns dann. Ja, aber links. Links. Das ist rechts. Hä? Da doch nicht. Das ist blinken. Ja, hab ich auch grad gesehen. Danke. Ich mein das da rechts. Da. Oh. Hä? Da. Ja. Ja, weil nicht doch. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Nein, wir sind halt zu rot. Außer da ist Luft. Das ist gar nicht auf. Doch. Ach doch. Äh, na nicht schon wieder. Ist denn hier unten noch ein Hebel, bevor wir sterben? Nee. Rest in peace. Kein Hebel, kein Hebel. Okay, danke. Dafür könnten wir das Ding nehmen. Ja, könnten wir auch. Ich will mal wieder sehen, wie du da cruist. Haben wir das Kroko nicht ge... Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. Das ist das eine. Oh. Das ist bitter. Moment mal, wenn wir das Ding da haben... Ja, aber wir müssen auch wieder zurück, dann ist dann... Ja, dann erledig's doch schnell. Kroko. Können wir uns nicht einfach mal hier reinhängen? Kommt das dann nicht? Ach, die hängt sich nicht da dran. Das ist ja doof. Na, hat's geklappt? Nee, du musst bis ganz vorschwimmen. Du blödes Viech. Oh, das ist ganz weg. Hallo. Hallo. Komm her. Es wartet. Das ist grad so übelst geil. Das sieht ja geil aus. Hm, ich warte auf dich. Das sieht aus wie... Aber Lara zielt auch nicht. Das sieht aus wie Versteiner... Das Ding ist tot, oder? Hä? Der nächste Bug. Aber ist... Ja, lässt sich abschießen. Dann, äh... Ja. Ja, das müsste schon längst vertot sein. Ich glaub, du kannst da unendlich Dings drauf ballern. What the... Was zum... Hä? Hä? Das... 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 Ja, das sind nur noch vier Harpunen. Ich würd nochmal lahm. Ja, und dann lebt's wahrscheinlich wieder. Ja, ist doch besser als wie wenn's da jetzt verbackt ist. Och. Also, das ist irgendwie sehr witzig hier. Das ist nochmal verbackt. Hallo? Sieht so aus. Wie das aussieht, wenn sie da in das Ding drangeht, ne? Tot, oder? Ja. Okay, wir haben mehrere verpackte Taucher gehabt. Und mehrere... Was machst du denn? Ja, wenn... Wir warten da gerade. So, wo jetzt wieder lang? Rechts. Dahin. Rechts. Ja. Bin ich nicht ein guter Navigator. Ja, hast du gut gemacht. Danke, Diego. Ähm, nein, nicht schon wieder die Scheiße mit der Wand, ey. Geh nicht an die Wände. Sonst du sein tut. Ja. Mein Gott, das ist aber auch ein Krampf. Och nö, das geht doch gleich wieder an. Was ist das denn? Fallen schon wieder. Ach doch, Alice. Ja. Und Shadow Man, ey, das ist doch... Sind das echt fallen? Ja, die gehen an. Oh, und da ist Lava. Oder ist das? Das ist Lava. Oder... Die sollen uns wahrscheinlich unterschlagen, oder? Das ist bestimmt... Gülle, lass uns doch aus Scheiß mal rein. Ja, ich... Ich denke, es ist... Ich denke, es ist... ...was zum... ...verrennen. Verbrennen. Ach, es ist Matsch. Oh. Tschüss. Na, wo ist Lara? Na, wo ist sie denn? Gleich ganz schön tot, aber hier ist sowieso nichts. Ja, aber es sieht wirklich aus, wie er... Also... Ähm... Was soll das? Jetzt hättest du es lassen sollen, Mann! Was machst du denn? Ich sag, du hast eine schwieriger haste Version. Ja, jetzt hast du es schwieriger. Viel Spaß! Wer es hören will, der... ...muss fühlen. Das, das, das... Das gefällt mir ja gerade, ne? Mhm. Mir auch, total. Das war viel zu weit. Heieiei. Oh Gott. Also, irgendwie dazu kann man doch nichts mehr sagen. Irgendwie die... Da kann man mal springen eigentlich, aber... Ja. Aber es ist, ist geil. Es macht es irgendwie ein bisschen lustiger. Ja. Wenn wir schon nichts Sinnvolles sagen, dann wenigstens das Spiel. Ja. Das Spiel tut genug mit seiner Aussage. Heiliger. Oh, da war auch zwei Schüsse tot. Hat der was? Hm. Nein, er hat nichts. Ich zum Bekrapschen. Oh. Musik. Das ist das, was wir... ...weiß schon. Von oben gesehen haben, ja. Ja. Ja, aber... Was ist das denn? Sehr bescheidene Frage. Was nützt uns das jetzt hier? Können wir uns runterhangen? Oh Gott. Nee, das ist unser Tod. Bestimmt. Ja, aber was zum... Betten? Wir hätten vorher dahin gemisst, wo am Anfang das war. Also, da wo wir da rausgekommen sind, dieser andere Weg. Damit wir irgendwas aktivieren, damit ein Aufzug runter geht oder sowas. Ja, das sieht, das sieht so nach Aufzug aus, ne? Mhm. Hier so die, die Stille, aber... Oder diese Plattformen klappen sich aus. Und du springst dann irgendwie drauf. Ach Gott, wo war... Ah, ja, wir müssen jetzt wieder irgendwie da hinten... Ja, wir müssen jetzt zurück und das musst du dann auch nochmal machen. Das mit dem Feuer auch. Nee, das mit dem Feuer nicht nochmal. Doch. Nein. Wieso nicht? Weil dem so ist. Und wenn doch? Dann ist das nicht so schlimm, weil das ist ja ausgewiesen. Ja, wenn es jetzt wieder an ist... Dann haben wir Pech.